Und ich begrüße jetzt in Karlsruhe Kerstin Annabar, sie ist von der ARD-Rechtsredaktion. Frau Annabar, erklären Sie uns doch nochmal ganz kurz, was darf ich ab heute und was darf ich auf gar keinen Fall? Also Erwachsene über 18 Jahren dürfen im öffentlichen Raum bis zu 25 Gramm legal mit sich führen. Zu Hause sind es sogar bis zu 50 Gramm und zu Hause darf auch bis zu drei Cannabis-Pflanzen angebaut werden. Ab dem 1. Juli kann man dann auch noch gemeinschaftlich Cannabis anbauen in sogenannten Anbauvereinigungen. Was man nicht darf, ist eben größere Mengen anzubauen, mit Cannabis zu handeln oder aber zum Beispiel in diesen Anbauvereinigungen selbst zu konsumieren. Jetzt mache ich mir und mit mir natürlich ganz viele Politikerinnen und Politiker, aber auch Wissenschaftler, ich mache mir Sorgen um unsere Jugend. Wie wird die denn geschützt? Also in der Nähe von unter 18-Jährigen darf nicht geraucht werden. Es darf nicht in Schulen, auf Spielplätzen, in Sportstätten, Kindertageseinrichtungen geraucht werden. Und es darf auch nicht in sichtbarer Weise bis in der Nähe dieser Einrichtungen geraucht werden. Ab 100 Metern, sagt das Gesetz, ist dann keine Sichtbarkeit mehr gegeben. Davor ist es eine Prüfung des Einzelfalles. Jetzt gibt es ja beim Alkohol schon das ganz große Problem. Die Leute trinken und sie fahren trotzdem Auto, verursachen auch schwere Unfälle. Wie will man denn beim Cannabis dagegen vorgehen? Denn, wenn ich da richtig informiert bin, so richtige Grenzwerte haben wir doch da gar nicht. Ja, aber es gibt inzwischen eine Empfehlung. Und zwar spricht man hier vergleichbar eben der 0,5 Promille beim Alkohol von einem Grenzwert, jetzt bezogen auf den Wirkstoff des Cannabis, von 3,5 Nanogramm je Milliliter Blutzerum. Und das also ist eine Empfehlung, die ist noch nicht ins Gesetz gegossen. Und solange das eben noch nicht ins Gesetz gegossen ist, so lange gilt die alte Regelung. Und die ist strikter. Die sagt also, sobald Cannabis nachgewiesen werden kann, und das ist schon bei 1,0 Nanogramm je Milliliter Blutzerum, der Fall ist sozusagen mit Sanktionen zu rechnen. Und da muss man aufpassen. Also beim Autofahren müssen wir noch aufpassen. Jetzt noch die letzte Frage. Was ist beim Stichwort Amnestie zu nennen? Was ist jetzt zum Beispiel mit Leuten, die noch irgendwelche Restbestände aus einer Zeit haben, wo es ja eigentlich verboten war, überhaupt Cannabis mit sich zu führen? Also rechtskräftig verurteilt nach dem alten Recht, deren Delikte jetzt nach dem neuen Recht nicht mehr strafbar oder auch nicht mehr mit einer Geldbuße belegt werden dürfen, deren Verurteilung darf nicht mehr vollstreckt werden. Das muss von Amts wegen durch die Staatsanwaltschaft geprüft werden. Gesamtstrafen, wenn jemand zum Beispiel wegen Waffenbesitzes und wegen Drogenbesitzes eine Gesamtstrafe bekommen hat und dieser Drogenbesitz nicht mehr geahndet werden kann nach neuem Recht, dann muss das rausgerechnet werden und die Gesamtstrafe muss reduziert werden. Und kommendes Jahr ist dann eben auch möglich, Delikte, die im Bundeszentralregister eingetragen wurden, auf Antrag Betroffener zu löschen. Aber das muss beantragt werden. Das war Kerstin Annabee aus Karlsruhe von der ARD-Rechtsredaktion. Ganz vielen Dank für Ihre Einschätzung, Ihre Informationen zum neuen Cannabis-Gesetz.